jawoll so wieder zurück wir wollten bei nacht mal darüber zu den ojersk ich bitte mal jetzt mein lieben immer so schön nennt ich gucke mal ganz kurz nach wo denn hier das gewesen ist und zwar einfach sorry ist doch ein bisschen blöde jetzt hier so im stream hier zu gucken aber warum denn nicht wohnen mein lieben ich guck mal vielleicht vielleicht kriegen wir den auch gebreedet gucken wir mal so einem schlauen büchlein nach ein ojersk vielleicht kriegen wir den auch so mit den kätzchen reihau und werder städte bäst mich ja jawoll christbold und relaxus alles klar lesen wir bescheid christbold und relaxus müssen mal gucken ob wir die damen von jedem 1 haben wir auf raus und raus christbold und relaxus also noch ein laxus habe ich habe ein habe ich noch aufgehoben irgendwo wenn ich nicht nur noch mal ein kätzchen ein moment ein weiblein ich nehme jetzt mal ein relaxus als mennein wenn ein christbold haben wir als weiblein passt perfekt torten haben wir ja noch halt stopp eine tasche hoch zum brüdern so einmal da wo ist unsere relaxus sind gerannt eigentlich ach da guck mal hier so lange geht aber warum eigentlich der mit christbold stufe 4 elektro bekommt ist relaxus elektro echt hätte jetzt nicht gedacht ok aber gut eine torte fehlt genau wo schnell wo schon eigentlich andere christbold ist wieder hin schuld am essen da unten so ein ja ich will aber ja nicht keine zehn torten jetzt hinnehmen ist ein bisschen blöde ja torten könnten wir jetzt wieder haufenweise produzieren klar acht stück machen aber jetzt nicht wir wollten der pizza die torten kommen jetzt erstmal in den kühlschrank rein ich brauche nur eigentlich auch keine sechzehn ich brauche acht und zwei noch mal acht und drei so was du jetzt hier unten machst das ist mir jetzt auch ein rätsel der relaxus steht nämlich auch hier oben guck mal da da sind da oben sagen wir torten fertig so jetzt könnt ihr da loslegen dann haben wir also bald ein oder mehrere ojersk ist schon mal sehr gut wir gucken mal wieder weiter weil wir sind ja hier jetzt schon ja wir brauchen tomate war noch geld tomate hat man noch gebraucht aber wir haben kein geld mehr wie witzig ok das ist auch ein bisschen blöd die tomate 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 pizza 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 haben wir hundert stück acht stück woran liegt es ja in der tomate liegt es natürlich klar wo sonst palien wochen palien wochen palien wochen und dann super das kann man wieder ablegen hier kann man zerstören ablegen 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 und jetzt nach oben noch die die dinge ablegen und dann gehen auch schon an die an farmumbau meine lieben farmumbau ich muss noch gucken was wir jetzt hier noch machen können stoff zementkimmer ok gut und sind mit haus so gut wie leer dann bauen wir jetzt hier mal ab bauen in der anderen farm an das heißt einmal zweimal das dürfte tomate sein dreimal müssen rüber ins lager so lasst uns hier mal ein kleines blickchen drauf werfen wie läuft das hier ab hier ja ist mir klar dass der nicht dahinter kommt null wow ein fast lächerlich ist das ganze naja gut meine lieben was willst machen wir gucken mal kurz hier vorbei was jetzt hier aussieht hier mit dem ähm ah jawohl ja sieht gut aus ähm bauen wir muss mal ganz kurz überlegen wo bauen wir denn unsere farm hin hier schon unsere hütchen hier ist eins von denen ich würde sagen die farm bauen wir dann jetzt hier hin ähm salat ok ähm halt die frage dass hier halt auch gerade ist jetzt halt hier mal einmal zweimal und einmal Tomaten da neben dran wenn wir das dann hier so hoch vorziehen ja ok könnte gut hinkommen machen wir genau das gleiche hier auch noch mit dem kleinen gang durch hier genau einmal so ok super ja das wollte ich eben vermeiden dass die eben nicht da hier mit teilnehmen so ok wir gehen nochmal eine reise wieder zurück ok mhm 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 so salat bären das mal ok von jedem hatten wir 3 wir gucken mal ja die treffen sich hier salat haben wir da salat tomate haben auch noch mal zweimal na abgang meine jungs muss hier bauen dreimal salat dreimal aber ist ja auch gut wenn wir das jetzt hier haben eigentlich theoretisch wir haben ja hier gar keine küche zum produzieren wir brauchen auf jeden fall noch holz stein paulsaft und salatsamen ich werde überlegen wo wir denn die salatsamen und alles jetzt herkriegen ja nun mal auch kein geld mehr die können jetzt erstmal raus das hier langt 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 kein einlammball raus ähm dann können wir ja noch mal kurz kurz switchen hier stellen wir auf jeden Fall auch noch mal eine hin dann so jawohl dann können wir jetzt hier nämlich die peter peter wäre das schon allzu roh wir rausnehmen das wollte ich ja nämlich fahrende händler 1 sind schon mal keine händler mehr ein bisschen abendtätig ok ein shit jetzt war wegen den bären ah ja ja er hat er hat richtig geraden 2 und 3 wir brauchen die ja trotzdem noch wir brauchen die ja trotzdem noch meine lieben hab ich mal ganz vergessen ähm ähm wo ist jetzt ich brauch doch eher hier 3 mh ja ok und hier noch was rein so jetzt sollen die beiden das hier noch managen die bären dinger hier das heißt jetzt könnten wir theoretisch hier ja dann machen wir hier einen riesen bärenfarm einfach draus hier so vielleicht passt das ja ja doch irgendwie noch mit rein mein Leben passt ja nicht mehr mit rein schade war es einmal kannst du vornehmen mal ganz viele bärenfarm bauen bären kaum immer gebrauchen jetzt geht die alle hier schon schlafen jetzt müssen wir die drei wieder beschwören so passt wunderbar ach da oben ist ja noch eins habe ich ganz vergessen dann stimmt das ganze wieder sorry für die kleine umstrukturierung meine lieben ich wollte das natürlich alles nicht ähm es war damals gut gemeint von mir so jetzt hier alles erledigt wunderbar ähm 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 na jawoll das hier wird das wird das so jetzt haben wir hier eins zwei das heißt theoretisch Küche Küche können wir abbauen da langen zwei Stück hier bauen wir die anderen zwei Küchen ins andere Lager rein dann wird es ganz sehr schnell so bien hier tja fehlt uns nur noch der Strom Wahnsinn meine Lieben Wahnsinn das ist natürlich jetzt wirklich hardcore das muss ich halt ich muss jetzt hier selber ein bisschen hier umgestalten dekorieren mal überlegen wie wir das ganze hier gestalten hm ja hier kriegt man natürlich netzwingen gell blöd hm hm Zement hab ich ganz ja mit ach man ah Zemente ja eins zwei drei Salat aber wir haben ja auch noch einen Kett oder äh Salat war nochmal einmal hier gell warte mal was ist er da? warte mal was ist er da? so ok genau da baut man den Salat auch gleich an jetzt hier aha dann ist die frage jetzt hier haben wir jetzt dann das 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 wo machen wir denn jetzt die Küche und dass wir die nahe hier beim Dings haben elektrische Küche ja die haben wir jetzt hier das ist die frage neben dem Fotodruck ist auch ein bisschen blöd äh die setzen wir anweschen hier vors Haus zweimal 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 die Wolle klau ich euch mal ganz kurz falls ihr welche hier drin habt so so ah shit wir wollten ja hier bei Nacht mal ganz kurz schnell darüber sausen ich hab's schon wieder fast vergessen gut dass ihr mich dran erinnert habt bevor wir's jetzt hier vergessen ist mir jetzt gerade egal was hier los ist äh schnell ja ja ich wollte nur mal ganz kurz mein Gewissen hier mein Gewissen noch mal kurz trauen wir haben ihn zwar in einer Produktion also äh in der Breeding Station haben wir ihn drin den OJS aber ich möchte gucken ob ich da richtig lag dass es den hier gibt ich war mir nämlich zu 100% sicher den hat sie ja der ist schon nicht zu übersehen ja meine Lieben ich hatte recht ich seh den ja da schon so holen wir uns jetzt auch mal kurz so noch jawollo weil da haben wir den nämlich auch gleich dann müssen wir da hier nicht ewig nochmal rum machen ha ja genau eins von zwölf wie supi eins von zwölf meine Lieben genial eigentlich war der hier oben auch noch einmal zu sehen aber da täusche ich mich wohl mal wieder geht kein hier oben das macht ihr nochmal durch die Gegend fliegen hier eine Pflanze hat es da ein Astegon ja ok wir haben einen jetzt passt das war einfach nur das was ich jetzt genau wissen wollte ob es ihn da hat wir haben ihn jetzt ist ok ist alles easy wir gehen jetzt auf den direkten Weg mal kurz darüber setzen ihn gleich auch da rein äh äh eine Stufe 4 brauchen wir ja guck der hat nämlich Stufe 4 Chris Bolt kann raus der kann nämlich rein was macht denn der jetzt da was macht denn der jetzt da und ja jetzt ne jetzt mal gucken ob der den hochziehen kann 2 3 4 so ho 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 ja meine Lieben ich sehe schon da brauchen wir nochmal 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 einen Generator daneben dran und ein kleiner zumindest mal noch halbwegs in den kleinen stehe ich mal da rüber weil wir brauchen dann auch nochmal einen großen so ok Wahnsinn das dass der eine das nicht schafft das ist ja hätte ich jetzt nicht gedacht ok ok Steine haben wir Platz jetzt jawohl mal gucken ob das jetzt hinkommt mit zwei Generatoren dass die Pumpe mal durchgehen mal läuft hm hm zum ersten haben die noch ok passt Wolle wird hier glaube ich auch ein bisschen produziert das passt ja das sollst du nicht da rum sammeln das sollst du hier Wolle nehme ich mal mit ähm gut 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 ok wir gehen zurück so einmal ablegen hier alles 109 ja das sind sind wir dann 19 von den hochwertigen Stoffen das langt ja bei weitem nicht Motorübelang oh Fotodruck leer machen wir hier mal was rein so das finde ich gut das haben sie auch eingestellt dass wenn der Fotodruck leer ist das dann auch wirklich leer ist und nicht noch was anzeigt das ist natürlich dann mega hier kann man wieder mal wieder eine Runde volle Ladung produzieren oh ja jetzt hat sie wieder ein bisschen Mehl so ja Tomaten fehlt uns aber jetzt könnten wir theoretisch auch wieder Törtchen produzieren ha ja 1 2 irgendwas stimmt hier nicht da fehlt mir noch welche fehlt mir noch welche ok so ähm 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 die Frage was wollten wir jetzt tun eigentlich ja ich war ah ich weiß schon was aber das machen wir in der nächsten Folge bleibt also noch dran ähm ähm ähm